Er hat uns schon damals nicht verraten, warum der Mann ein Mann ist. Jetzt versuch das mit dem Mensch nochmal. Seine liebe Frau Anna ist gestorben und sein Bruder und es war furchtbar. Und wir haben alle auf Seite 1 Anteil genommen. Jetzt kommt er nach 6 Jahren. Er hat seit 3 Jahren, glaube ich, wieder eine Freundin, was ja auch schön ist. Jetzt verkauft er uns diese Nummer wieder. Du fehlst. Immer wenn ich mit der Bettina schmuse, denke ich, ach, was wäre das schön, wenn du hier wärst. Er verkauft Millionen und Platten. Wohnt in England und vercheckt hier Millionen und Platten. Wohnt im Westen. Bin von der Steuer befreit. Und alle so, boah, ist der authentisch. Der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, was er erzählt. Weil er uns Domian versteht und weil Biolek uns quält. Weil er Faxe schickt, telefoniert und sich verwählt. Weil er Korinthen kackt und weil er Erbsen zählt. Mensch ist Mensch, weil er nicht hält, was er verspricht. Weil er hustet, wenn er raucht. Weil er viel trinkt und dann er bricht. Ja, sicher tut er gleichmäßig weh. Mensch ist Mensch, weil er liebt, was er gern quält. Weil er Äpfel einfach isst, hey, aber Pampelmusen schält. Weil er alles frisst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Weil er furzt, weil er sonst schwebt. Weil der Refrain sonst keiner isst. Weil er schmatzt, wenn er isst. Du kräbst, oh, weil er schmatzt, wenn er isst. Du kräbst, oh, hey. Wann ist der Mann ein Mann? Ey, wenn du nix zu tun hast, kannst du solche Fragen stellen. Nächster Ton. Steh bleib rum. Haben Fänger im Hintern. Alle Falten aus dem Sack geschlagen. Stell rhetorische Fragen. Ja. Mensch ist Mensch, weil er vergisst, was er erzählt. Weil er Äpfel einfach isst, aber Pampelmusen schält. Wohne im Westen, bin von der Steuer befreit. Steh bleib rum. Nächster Ton. Finger im Hintern. Alle Falten aus dem Sack geschlagen. Stell rhetorische Fragen. Was soll das? Das sind so Fragen. Wo ist oben? Ah. Hey, Herbert. Spitz die Ohren. Here we go. Frauen kommen öfter. Frauen sind so einfühlsam. Frauen backen wie blöde. Frauen gehen zum Elternabend. Oh, Frauen gehen pinkeln. Zu zweit. Bestechen durch Intuition. Und auch durch Duldsamkeit. Frauen küssen Frösche. Frauen lassen ihr Haar herab. Frauen kochen für Zwerge. Deshalb haben sie ein Massagestart. Frauen werden beschnitten. Frauen sind so geheimnisvoll. Frauen haben Verständnis. Frauen finden ihre Männer toll. Oh, Hexen zuhauf. Auf dem Scheiter. Frauen steigen niemals auf. Auf der Karriereleitung. Doch, Frauen werden mit Heißwachs entharrt. Werden als Kind schon mit Männern gepaart. Werden in Indien als Witwe verscharrt. Dann ist der Mann neun Mann. Hey, dann ist der Mann neun Mann. Hey, Frauen schmeißen Hormone. Frauen leiten kein Konzern. Frauen tragen Perücken. Frauen sind schön wie der Abendstern. Frauen treiben Knöllchen. Frauen gehen zur Bundeswehr. Frauen machen Bewegung. Frauen machen's ihren Söhnen schwer. Frauen werden vergewaltigt. Frauen kriegen mager Sucht. Frauen kotzen vor Kummer. Bei Frauen wird der Flug gebucht. Ihr wisst, wir lieben unsere Eier. Viereinhalb Minuten. Frauen beißen andere Frauen. Wie die Stuten. Frauen haben's schwer. Nehmen's nicht leicht. Ihr seid hart, doch wir klopfen euch weich. Seid als Kind schon auf Opfer geheicht. Dann ist der Mann neun Mann. Dann ist der Mann neun Mann.